Die Behandlung der Halsfalten ist ein häufiges Problem und viele Frauen klagen auch darüber. Wir führen hier diese Behandlung sehr häufig durch, auf eine ganz natürliche Art und Weise schmerzfrei. Das kann man auch relativ gut erkennen, denke ich, hier bei der Behandlung, dass die Patientin nicht mal einen Zucken aufweist. Vor allem hier die schnelle Behandlung ist hier entscheidend und dann hat man nach 10 Tagen einen sehr, also ganz glatt wird es natürlich in diesem Fall nicht mehr sein, aber eine deutliche Verbesserung der Halsfalten. Da es hier auch noch an Hyaluronsäure mangelt und das wäre sozusagen die nächste Stufe der Halsfaltenbehandlung. Da fügen wir in die gesamte Fläche Hyaluronsäure auf und das kann man hier schon mal so ungefähr sehen, wie es aussieht nach dieser Behandlung. Das Ergebnis wird noch besser werden nach 10 Tagen und falls notwendig, werden wir hier dann noch eine Hyaluronsäurebehandlung anschließen.